Moin moin meine Freunde und herzlich Willkommen zu NHL 16 hier bei Because Gaming is Fun und endlich ist es soweit wir starten in den Saison Modus natürlich wieder mit den Hamburg Freezers dieses Jahr wir spielen die DEL Saison 2015 2016 nach nein wir wollen die DEL Kadersteuerung machen wir mal die Standard Kadersteuerung keine CPU Traits machen wir die Traitschwierigkeit auch mal auf schwer auch wenn das glaube ich keine Änderung macht und hier sehen wir die Teams wir spielen natürlich die Hamburg Freezers und wir sehen die Freezers gehören mit den Eisbind Berlin Red Bull München Adler Mannheim und Kölner Hain zu den besten Teams der Ligen gefolgt von Iserlohn das wundert mich jetzt Ingolstadt Düsseldorf Augsburg und Nürnberg alles klar die Auflistung wundert mich jetzt doch ein bisschen das Krefeld da ganz unten landet aber gut wir wollen jetzt nicht lang rum quatschen wir wollen rein unsere top Spieler der Hamburg Freezers sind Sebastian Caron mit einer 76 David Wolf mit einer 75 und Jerome Flacke mit der 73 alles klar 4 Minuten dritte Länge hatte ich das sonst auch immer ich glaube ja Verletzungen sind natürlich ein Spielstil ist Hardcore ja ja erweiterte Einstellung Gameplay Version neueste Playoff Overtime ist fortlaufende Overtime was ist denn hier eine authentische Saison Overtime ist eigentlich 5 Minuten 4 gegen 4 und dann Shootout automatische Torhüter Rotation das finde ich in Ordnung geschützte Trikots ok Regeln werden wohl Hybrid Ising ist in Ordnung verzögerte Abseitsstellung ist auch gut Verletzung 1 ist gut legt fest wieviel Strafen machen wir mal ruhig authentisch Strafzeit Skalierung kämpfen soll es geben alles klar nur würde ich sagen starten wir rein in die Saison oh shit endlich geht's los hier ich wollte gerade sagen ich habe doch gerade gesagt das sieht mal anders aus als auf der Playstation 3 und Alter später da muss ich Moment da muss ich jetzt erstmal kurz drauf klarkommen einmal kurz rein bearbeiten gucken wir einmal das Stand kann dir helfen brauchst du Wende nein das wollen wir erstmal nicht so wir sehen jetzt hier unsere Topreihen in der ersten Reihe spielt tatsächlich die Topreihe der Hamburg Freezer das Gerrit Festerling zusammen mit David Wolf und Jerome Flake das ist durchaus die beste Reihe die wir aufzubieten haben würde ich behaupten dann folgen Michael Davis Adam Mitchell und Oppenheimer in der nächsten Reihe Phil Dupree Morten Matzen Marcel Müller und in der letzten Reihe Marty Sertic Julian Jakobsen und Benjamin Zintek das finde ich jetzt gerade noch nicht so ganz so geil denn ich hätte eigentlich gerne unseren Nico Krämer wo ist ein Krämer eigentlich ähm na gucken wir gleich mal im Tor haben wir Caron und Kotschnev Caron hat einen deutlichen Vorteil auf Kotschnev meine Güte das war glaube ich im NHL 15 noch deutlich enger und ja dann gucken wir nochmal in die Defensive da haben wir in der ersten Reihe Christoph Schubert zusammen mit Sean Sullivan in der zweiten Reihe Brad Festerling mit Mathieu Roy und in der dritten Reihe Sam Klaassen mit Kevin Schmidt auch hier fehlt dadurch dann ähm Wuppler äh 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 der Jonas Living der Neue der scheint ein bisschen schlechter zu sein als die restlichen Leute das hatte ich glaube ich schon in der zweiten äh Hockey Ultimate Team Folge erwähnt hier im Saisonmodus ist äh Living nur eine 58 in Ultimate Team war ja eine 71 oder sowas darum merkwürdig wie sich das zusammenstellt aber ich würde dann sagen huch ne in Angriff wollen wir noch einmal ich würde eigentlich gerne eigentlich würde ich schon gerne den Krämer haben der Jaroslav Hafenrichter ist auch nur in der Reserve drin da auch nur ein 60er Power Forward ist ähm so hier haben wir nämlich den Niko Krämer als Power Forward ist ein Linksaußen eigentlich ich glaube Dominik Tiffels ist auch auf der Bank Suravlev kenne ich zugegebenermaßen nicht weiß ich gerade nicht wer das ist Krämer wir können ja mal kurz vergleichen hier da ganz oben sehen wir die Werte von Zintech und unten die von Krämer vom Schuss her sind sie gleich gut in der Puckssicherheit ist Zintech besser in der weiß ich nicht was das ist scheiße man sieht das auch jetzt hier gar nicht im Skaten ist Krämer besser im physischen ist Zintech besser in der Verteidigung ist Zintech besser und das ist Sinne keine Ahnung im allgemeinen ist das Zintech wohl besser dann lassen wir ihn auch drin würde ich sagen und ich würde sagen dann wird es jetzt Zeit dass wir die Saison beginnen wa äh noch einmal kurz als Info ich habe hier die aktuellsten Kader beispielsweise Marcel Gottsch ist schon bei den Adler Mannheimen unter Vertrag ich glaube der neueste hier Haigli oder wie er heißt der jetzt bei den Thomas Sabo Ice Tigers unterschrieben hat ist noch nicht da weil so schnell hat NHL dann doch noch nicht den Kader aktualisiert ja zur Vorgehensweise ich werde jetzt jeden Tag ein Spiel hochladen bis wir beim aktuellen Spieltag angekommen sind wir haben heute den 18.09 das heißt heute 18.09. kommt erster Spieltag 19.09. zweiter Spieltag 20.09. dritter Spieltag und 21.09. vierter Spieltag und dann geht es noch mal weiter das ab dem 25.09. der fünfte Spieltag kommt und so weiter und so fort nur dass ihr das versteht und jetzt habe ich lange genug gequatscht wir simulieren bis zu diesem Tag wir wollen unser erstes Spiel spielen gegen die ja genau gegen die Thomas Sabo Ice Tigers gegen die Ingolstadt Panther sie haben besseren Goalie als wir ansonsten sind wir aber besser im Angriff und der Verteidigung und natürlich gibt es mal wieder nicht die aktuellsten Trikots alter Schwede Trikot ohne Sponsor aber ansonsten das Trikot aus der letzten Saison kann ich mit leben warum nicht und wir starten rein ins Spiel endlich Saisonmodus der bei den Hamburg Freezers Hamburg Freezers gegen den ERC Ingolstadt hui EA Sports Arena endlich mal in Hamburg ich weiß nicht ob ihr die jetzt hört weil ich höre sie gerade nicht wir überspringen das mal wie habe ich gerade keine Kommentatoren-Kommentare warte mal was ist da denn jetzt los Einstellungen MMMM Optionen ja komm audiovisuelle Einstellung ja da soll ich vielleicht hingehen Loadstärke Option Hallensprecher, Arenamusik, Kommentatoren sind auf volle Pulle oder liegt das jetzt an meinen Kopfhörern hier ich habe mir nämlich Kopfhörer eingesteckt da man sonst den Sound in der Dingenskirchen nochmal wieder gehört hat im Mikro hat sich das nochmal bemerkbar gemacht ups dann machen wir das einmal so ah ja Tatsache jetzt hören wir es das lag an meinem Mikro äh äh an meinen Kopfhörern Moment jetzt da muss ich doch nochmal gucken wie ich das mache so ich hoffe mir ihr habt das die ganze Zeit gehört solltet ihr aber eigentlich man schöner Einsatz von Wolf oh shit Schubert fährt vorbei am Puck und ich muss es nochmal wieder sagen NHL 16 sieht richtig schick aus ok rein wechsel kommt automatisch das ist sehr gut oh shit da hatten wir Glück so Marcel Müller jetzt mit freier Fahrt schießt oh und guter Save von Pielmeier schöner Versuch von Marcel Müller jetzt Michael Davis am Bulli gewinnt das Brett Festling mit dem Schuss oh gefährlicher Pass vor das Tor aber Mitchell kommt da nicht ordentlich ran nochmal Mitchell nochmal Mitchell scheiße nach offside abseits ich dachte gerade schon was ist denn jetzt los ich wollte gerade sagen schön von Müller durchgesetzt da so ich spiele auf Allstar das ist der zweithöchste Schwierigkeitsgrad im Spiel und guter Save von Timo Pielmeier 10 Minuten gespielt 0-0 zwischen Hamburg und Ingolstadt in der richtigen Liga hat der Hamburger 4-2 gewonnen gegen Ingolstadt mal gucken wie sich das Spiel hier noch weiterentwickeln wird ich muss erst noch ein bisschen auf die Steuerung klarkommen weil irgendwie ist das doch alles ein bisschen anders als auf der Playstation 3 oh warum spielt ein Kotschniff auf einmal warum spielt Kotschniff denn warum sollte man auch erst den Städter im Dogen spielen lassen macht ja fast keinen Sinn so Gerrit Festerling jetzt auf dem Weg nach vorne Festerling wird aufgehalten Flake setzt den Weben Pielmeier oh shit jetzt hat er freie Bahn da na so halbwegs schöner Pokecheck von Wolf passt zu Schubert kommt nicht an aber Schubert hört sich den Pop wieder passt zu Wolf kam nicht an ja und das war Kürze Sean Sullivan spielt auf Gerrit Festerling Festerling geht von rein ins Angestrittel spielt rüber auf Wolf und der verpasst den Pop große Chance große Chance schöner Check von David Wolf da Marcel Müller kommt nicht zum Schuss und dann ist das erste Drittel schon rum da kriegen wir den Pop nicht mehr aufs Tor 0 zu 0 nach dem ersten Drittel ja die Begratungen sind nicht ganz so geil aber gut machst du nichts da ist noch alles drin und Festerling gewinnt das erste Budi des zweiten Drittel spielt auf Jerome Flake der vertrellt den Pop so ein wenig so ein bisschen sehr holt ihn sich aber wieder und verliert ihn wieder ah Festerling schöner Einsatz kriegt den Pop nicht ganz in der Kontrolle da ah Wolf Mensch schöner Pass von äh Festerling eigentlich zu äh Wolf da rüber der kann die Pop dann aber nicht kontrollieren und schon wieder keine Pop-Kontrolle von David Wolf da und Flake jetzt oh man ey hier kommt nicht am Pielmeier vorbei was ne Chancenverwertung hier wir haben bis jetzt alle 5 Bullis gewonnen ok oh shit und dann sind die Strafe gegen uns ah Bullshit Bullshit 2 Minuten Powerplay für Ingolstadt Strafe gegen Mathieu Ruhr oh ja genau so da ist der erste Schussbeiner erstmal drin von Ingolstadt war oh wir machen das erstmal ein bisschen authentisch hier oh da kommt der Passel äh der Schuss versucht sogar beinahe bei Müller an nee da gibt es einen Stockschlag für hoher Stock was oh Tatsache die haben mir den Stock in die Fresse geschlagen 4 gegen 4 für 22 Sekunden Michael Davies am Bulli verliert das schade oh fuck Schubert was war das denn für eine Aktion so Wolf rein ins Angestelle und nicht den Puckfeld und nicht den Puckfeld jemals geht Wolfs Schuss wird blockiert oh fuck wir haben nur noch in der Spiele ich gehe die Zeit schmerzen unter dem Tor gleich so Sean Sullivan auf dem Weg nach vorne macht er das erste Tor für die Armut Freezers nein Michael Davies aber nee nicht Michael Davies Flake fälscht er ab oder was wenn er da abfälscht Schweinefresse geiles Ding 1-0 Freezers 12 Minuten 13 noch zu spielen im zweiten drittel let's go Freezers sehe ich auch so Powerplay Tor? ernsthaft? Tatsache den hat Flake noch ins Tor reingelenkt wunderschönes Ding wunderschönes Ding damit dann Jerome Flake mit dem ersten Saisontour für die Hamburg Freezers Assists kamen von Davies und Sean Sullivan und Brad Festerling setzt sich das schön durch Sintek hat die falsche Rücken nochmal merke ich gerade Scheiße ooooh schöner Passversuch auf Jakobsen da ne 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 hörst du auf lol was war das denn so schön was macht ihr denn da? ooooh ooooh Mitchell geht rein ins angestritt verliert es nicht oooohh Sertic gegen die Laufrichtung von Pielmeier aber den Kriegter trotzdem noch nicht schlecht die Herrschaften da hat Ingolstadt sogar noch das Meistertrikot also ja, NHL bzw. EA ist ein Jahr zu spät mit den Trikots die Ecken haben mich ganz schön eingemacht da waren gerade Schopper und Wolf, die kennen sich auch noch sehr gut ohja, die kennen sich noch sehr gut na komm, nimm den Guck mit, schönes Ding Schubert auf Festerling, der zu Wolf der rüber zu Schlag, oh der muss doch drin sein Leute so ne Chance, die muss drin sein gibt's doch nicht Müller mit nem guten Schussversuch knapp neben den Kasten und schöner Save von Kotschnäff da schön den Pass abgefangen von Schmidt da ne schieß doch, ich hab gesagt schießen ne, 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 ne oh fuck oh fuck das war ne dumme Strafe die ich mir da eingefangen habe aber gut machte nichts oi 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 oh, was ein Save von Kotschnäff da schönes Ding so, wir müssen uns aber noch verstärken im Angriff schlecht gezielt wow wow wie soll ich denn das jetzt ordentlich machen um Teamplay ist zu bemängeln Schläger wird angehoben nutze den Rückhandgriff um den Puck nach hinten zu spielen ok du verlierst den Puck in den offensiven Zonen zu häufig pass dir den Puck schneller zu einem Mitspieler alles klar weißt du bescheid Julian Jakobsen macht unser Budi in äh ach, da fährt Jakobsen am Puck vorbei uh, das sind schöne Passstoff hätten da oh, da war knabbig das hätte auch gefährlich enden können uh, Jakobsen bleibt auch bei der zweiten äh, Penaltykilling Formation auf dem Eis das ist aber nicht so cool pfff ah, fuck Dafür gibt es einen Bandencheck. Damit hätte ich rechnen können. Shit. 5 gegen 3, 14 Sekunden. Das war blöd von mir. Schöner Pokecheck von Schuby da. Und der Ausgleich. Scheiße. Fuck, fuck, fuck. Ja, das war kacke jetzt. Aber immerhin war das nur noch im einfachen Powerplay. Heißt, wir sind wieder vollständig. Nein, ich mach's. Na, Oppi. Holst du dir dann auch mal den Puck, bitte. So, Schubert jetzt. Rüber zu Oppenheimer. Der nicht vor Bayern-Köppchen leider. Oh, shit. Schöner Save von Kotschläfter. Die Ingolstädter machen ordentlich Druck. Sie haben noch 13 Minuten für ein Tor. Und Mitchell bleibt an der Verteidigung hängen. Die Ingolstädter hat das Spiel gedreht. Oh, fuck. Was? Scheiße. Da hat Ingolstädter das Spiel gedreht. Bullshit. Bullshit. Und die Wieners-Bulli verloren. Schöner Schuss von Dupri. Was ging denn jetzt hier ab hier? Was ist denn los jetzt hier? Oh, fuck. Ne, das wollte ich haben. Es soll ja jetzt so was Neues geben, das sich Momentum nennt. Und ich wollte behaupten, das hat Ingolstadt gerade. Holy shit, kriegen wir gerade aufs Maul. Alles klar, jetzt müssen wir uns konzentrieren, Leute. Oh, Flake, Mensch. Den setzt er übers Tor. Den hat er übers Tor gesetzt. Ich glaub's ja nicht. Würden wir jetzt auch mal wieder den Kopf kriegen, damit er nach vorne kommt. Wir brauchen schließlich noch zwei Tore in den nächsten fünf Minuten. Ah, da kann Flake nicht dran. Fuck, was war das denn jetzt? Scheiße, Kacktas. 3-1 noch viereinhalb Minuten zu spielen. Das wird langsam eng. Potri-Küppchen. Ja. Dann machen wir ein bisschen Probleme. Festerling am Bulli. Gewinnt das. Zu Wolf. Der wieder auf dem Weg nach vorne. Oh, Pielmeier aber wieder besser. Ey, was war das denn jetzt? Ey, ihr Penner, nicht aufzeichnen hier. Und der Schuss wieder geblockt. Und der Schuss wieder geblockt. Letzte Spielminute leider schon. Ich denke, wir starten mit einer Niederlage in diese neue Saison. Ah, fuck. Und dann steht da hinten doch noch wieder ein Verteidiger. Wäre das Ding jetzt drin gewesen, dann hätte es nochmal spannend werden können. Aber so wird das jetzt zu wenig Zeit sein. Ja, very close. So, Schubert, komm. Meine Güte, was die alles blocken. Das ist doch scheiße. Und schon wieder geblockt. Und schon wieder geblockt. Wow. Wow. Scheiße. Das war unser erstes Spiel. 3-1 verloren. Oh, Mann. Da haben wir drei Stück am laufenden Band bekommen. Das war nicht so geil. Oh, damit sind wir gleich auf dem letzten Platz in der Liga gelandet. Mit einer 3-1-Niederlage? Ernsthaft? Was gibt es hier eigentlich noch so? Aber wieder so ein Aktivitätsfeed. Was haben wir hier noch für Möglichkeiten? Einen Trikot-Nummern. Trikot-Nummern ist gut. Der Team-Tech war mir den. Da, du bekommst nämlich die 23. So. Dann sollte das glaube ich auch schon alles passen. Davis, Jakobsen, Festerling, Surtich. Obmaheimer, Hafenrichter, Zintik, Mitchell, Flake, Living, Klaassen, Sullivan, Schubert, Rohr. Ne, der Tiffels ist noch falsch. Der Tiffels hat nämlich die 7. Werden. Alles klar. Uiuiuiui. Na gut, Leute. Das war es dann von der ersten Folge. Wir haben 3-1 gegen Ingolstadt verloren. War das erste von 52 Spielen. Also sagt noch überhaupt nichts aus. Ich danke dann jetzt vielmals fürs Zusehen. Und wir sehen uns morgen wieder zum Spiel gegen die DEG. In Düsseldorf natürlich. Haut rein. Bis die Tage. Ciao. Ciao.